Hallöchen zusammen, da sind wir doch schon wieder. Zurück, bin grounded. Ja, willkommen zurück. Ja, mit dabei mit Spikey. Fängt ja gut an. Wo ist die Arnie hin? Hallo Arnie. Hallo. Weg hier. Weg hier. Hilfe. Geh mal da durch. Oh Gott, da ist auch noch eine. Ich hab so ein Gefühl, hier sollten wir doch nicht sein. Oh Mann. Das passt keine Ausdauer mehr. Ja, willkommen zurück bei Grounded. Ja, hui. Wir sind fast tot, yay. Noch nicht. Ich sag ja fast. Kinder bringen voller Action in Mini-Playback-Show. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Wir versuchen mal, in dieser Folge uns ein bisschen auszurüsten, wieder zurück zu kommen. Ja, genau. Ein bisschen Heilung mitzunehmen. Hier, da. Ich hab markiert. Und. Unter Baseball-List. Äh, da hinten. Ne, das bist du. Wo ist der Baseball-Achter? Okay. Ja, ja. Bin ich ja auf der richtigen Richtung. Sehr schön. Sehr gut. Was brauchen wir für die Bände? Äh. Pflanzenfasern. Äh. Vor allem nicht, dass man ein bisschen unterwegs. Hm. Also, ich glaube, gerade was finde. Tü, 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 tü. Naja, Pflanzenfasern gibt's, äh, ohne Ende. Jo. Ist gut. Also, das, das werden wir nie, äh, zu wenig haben, glaube ich. Niemals nie. Ja, ne. Ja, ne. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir immer finden werden. Jo. So. Jetzt aber hier. Bitte. Faserverband bitte herstellen. Ein paar. Klipppfeile hab ich noch. Ja, hab ich noch genug, etwa 40 Stück. Hm. Hm. Uiuiuiui. Uiuiui. Was für ein Start. Ja, aber echt. Faserverband. Okay. Ich hab sieben Stück. Mhm. Ich hab auch sieben, ja. Perfekt. Brauchen wir noch Fackeln vielleicht? Oh ja, stimmt für die Ameisenhöhle, ja. Das war ziemlich dunkel da drin. Mhm. Kann ich die eigentlich reparieren, die ich habe? Ähm. Mhm. Kann man nicht reparieren, die Fackeln? Wenn sie durch ist, ist sie durch oder was? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß nicht. Anschein. Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt ja eh bessere Fackeln herstellen. Fackel Plus. Mhm. Genau. Mach mal eine. Gut. Dann schippe ich die mal da rüber. Wo ist meine Fackel Plus? Aha. Ja. Ähm. Das ist noch nicht okay. Das ist noch nicht okay. Ah, seine Essen da. Mhm. Aber ich hab nichts zum Braten. Mist. Aber ich hab noch Ameisenzeug. Ah, das ist eh schon die bessere Rüstung als ich, oder? Naja. Diemenrohr. Ah, das ist das Tauchen. Hab ich schon an. Ich hab ein Ameisenei gefunden. Oh. Du bist ja bald Mama. Ja. Wirklich. Äh. Da. Ähm. Okay. Ich markiere die Quelle da hinten nochmal. Und dann müssen wir echt schauen, wo der Eingang ist. Mhm. Oder wir suchen ein anderes Lager drauf, aber eben. Hm. Ding hab ich bei mir, oder? Jo. Ah. Kann ich noch ablegen. Muss die sonst nochmal da rein. Ganz viel Ameisenpropo. Mhm. Was hab ich eigentlich für ne Rüstung an? Moment. Das ist doch Marienkäfer oder sowas mal gemacht. Hab ich so in Erinnerung. Ja, aber ah stimmt, ich hab die Beine noch nicht. Ich hab nur den Brust. Äh, die Brust. Okay. Ich hab noch, glaub's gar nicht. Ich hab immer noch die Nussrüstung. Okay. Ich hole Nuss. Ich hole Nuss, too. Aha. Äh, ja. Ja. So. Ähm. Ich will noch ein bisschen Tropfen nochmal. Ähm. Ähm. Wenn ich synchronisiert war. Ähm. Seltsam. Äh. Ding hat ein eigenes Leben. Ja. Aber da ist noch eine. Ich versuch's mal hier. Ja. Perfekt. Oh, neues Glück. Mhm. Vielleicht, dass der Reingang bei den Schaben unten ist. Oh Mann. Hoffentlich nicht. Das wär ja eklig. Mhm. Das hast du nochmal markiert, hä? Äh, die Stelle wieder. Habe ich jetzt mal markiert, wie vorhin. Achso, stimmt. Ich muss ja noch. Ach. Du hast ja Fackeln, ne? Ah, gut. Ja. Eine, die fast kaputt ist und die Plusfackel. Okay. Ja. Achso, stimmt. Na dann. Leuchtest du halt den Weg. Mhm. 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 Und da hinten. Ist da in der Nähe bei mir? Ah, du kommst. Ja. Bin da. Wer noch. Mhm. Da ist wieder eine Schabe. Ah, da gibt's ja auch aber zu Stellen. Die muss man ja noch aufbrechen mit dem Bettenhammer. Mhm. Aber ich frag mich nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Ich zumindest mal nicht. Aber hier ist ein Kieselchen. Wie. Wie. Wollen wir denn da hin? Oh Gott. Fuckmilben. Ah, ist das ein Bombardierkäfer? Ne. Vielleicht eine kleine Version. Ach. Infizierte Samtmilde. Milde. Das macht aber echt viel aus. Dass die so klein sind. Ja. Die sind halt infiziert, ne? Ja, ich merk's. Ja, ich merk's. Ja, die infizierte Version ist ein bisschen stärker als die andere. Gibt's aus Wuchs. Hm. Gut, gut, gut. Ähm. Wissen wir da runter? Runter? Da wo ich bin, vielleicht. Ich weiss es nicht. Hm. Wie sieht man nicht gerade so einladend aus. Aber da unten ist noch ein Bissensblubber. Mhm. Muss mal schauen, wo der Reingang ist. Oder wie man da am besten runter kann. Nö. Nö. Bist du gesprungen? Ja. Bist du lebensmüde? Ja. Tja. Ich such mal den Ausgang. Mhm. Alles klar. Okay. Da geht's raus. Da siehst du. War ja gar nicht so weit weg. Habst du jetzt so? Hey, da ist ne Baumwanze. Baumwanzenbrocken. Na, ich hab ein Bombardierwanzen, äh, Dings bekommen. Ich weiss nicht, ob's ein Brocken war, aber... Hier haben wir Marmor auch da unten. Ja, aber es ist leider zu gross. Ja. Stufe 3. Mit den anderen haben wir ja. Sogar Stufe 3. Krass. Das sind Zweier und hier ist Quarz. Aber den Eingang sehe ich jetzt hier unten nicht. Für den Durchgang. Hier ist ein Blachsdinger hier. Hm. Ist echt merkwürdig, ne? Muss man echt durch den Ameisenhaufen oder was? Uh. Weiss es echt nicht. Hm. Nochmal in deine Richtung. Mhm. Ja. Ja, das ist der Einzige, der unter die Erde führt. Ja, was hier gerade logisch ist, irgendwie. Mhm. Hier ist ja auch irgendwas mit schwarz Ameisen, oder? Das sind ja rot Ameisen. Ja, ja, nee. Das war ja nicht. Aber Grabraub, also... Könnte ja auch was anderes bedeuten. Ah, stimmt. Dass man hier irgendwo Grabrauben muss, oder so. Das, was ich verkehrt habe, ist ja der Chip eigentlich. Also... Ja, eben. Das ist ja der Chip vom Grabraub. Uah. Wie geht der Ameisen? Oha. Das sind zwei Schaben, die kämpfen gegen die Ameisen. Nice. Das sind drei Stück. Oi, oi, oi. Oh, die kann fliegen. Jetzt haben sie uns entdeckt, ja. Check hier. Da. Rein in den Ameisenbau. Jo. Die nix nicht gerade mit mir dran liegen, ne? Ja. Die Ameisen sind okay. Warte, ich muss was trinken. Einen Schluck. Tja. Solange ja nur die Arbeiter-Ameisen kommen, ist ja nicht schlimm. Jo. Sollen die draußen bleiben? Ja. Ja, ja, ja. Ah, das sind die Eier. Mhm. Ups. Entschuldigung. Hast du getan? Ich hab die Eier mitgenommen. War vielleicht keine so gute Idee. Oh, Mann ey. Neugierde. Aua. Jetzt sind viele Gänge, ne? Ja. Wo ist die andere da noch mehr? Okay, ich hätte die Ameisen-Eier vielleicht. Ja. Na und dann. Nee. Mal das Band reindrücken. Jetzt lassen sie uns. Ja. Ich klau schon keine Eier mehr, ist okay. Ja, ja, ja. Da hinten auch noch Ameisen. Schlafen, ne? Sieht's aus, hm. Was machen wir denn hier, Brüder Marmor? So ab. Ich leuchte. Mhm. Na, ich hab keinen Platz mehr. Ich schon. Bitch. Oh oh. Oh nee. Krieger-Meister. Ei, ei, ei. Hm. Das war alles wohl alle, ja? Ach, da ist ein Blob. Unter Wasser. Ein Blob. Oh, den Dietiger. Versuch's. Wie kann ich tauchen? Ah ja. Ein Blob. Geht's noch weiter? Ja. Ziemlich sogar. Okay. Sogar eine weitere Höhle. Okay. Ah, hier ist noch Quarz. Sehr schön. Hast du noch gerade Nahrung dabei? Essen? Äh, ja. Mh, fallen lassen. So. Sehr schön. Bitte schön. Reicht eins oder brauchst du ein zweites? Nö, ist fast voll. Okay. Warte. Kannst du aussammeln? Jawoll. Dankeschön. Da hier, Marmusscherbe. Wow. Pass auf. Oh, Fackel ist aus. Neue Fackel. Wie sieht das eklig aus? Oh, cool. Nice. Habe ich so ein Gefühl, wir finden hier nie mehr wieder aus. Ja. Ich glaube auch. Ähm. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Weil dort war deine Markierung. Das ist ein Zahn. Hm. Können wir hier eh nicht abbauen. Hm. Oder soll man noch weiter gehen? Ich bin neugierig. Hm. Warte. Oh, so viel Quarz. Mhm. Können wir auf jeden Fall gut, äh, was machen. Mhm. Machen wir. Ja. Ja. Science! Wo ist denn's? Science! 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 Out of control! Schieselbeisser. Ah, schön. Ah. Eine Mutation am Endeck. Cool. Das ist nichts. Mal darum. Die Karte. Wir bewegen uns eigentlich jetzt richtig. Okay. Gut. Da blinkt es wieder. Mhm. Klar zieht. Und das? Eine Malvenblüte. Was auch immer. Hm. Ein Farbschema. Dann wieder einiges zum Erforschen. Ja. Ja. Achtung Loch. Oh. Ich bin genau drüber gesprungen schön. Aber es ist jetzt ein Kreis marschiert. Was ist, wenn wir da runter springen? Sind wir dann tot? Ich hoffe nicht. Warte mal, wir sind hier rechts gegangen, ne? Ja. Weil das wirklich fast über den Chip. Ja. Ja gut dann. Hui. Und hui. Ist gar nicht so tief. Ein Apfelbrocken. Ich weiß noch ein Ding. Ab ihn. Nice. Apfelbrocken. Guck mal. Apfel. Eiskappspastille. Bienenschulterpanzer. Guck mal. Hab ich. Wieso sind hier... Ist hier ein Skelett von... einem Mensch? Und unsere Vorgänger. Hilfe. Hast du einen robusten Hammer zwei? Nö. Haben wir den noch nicht gebaut oder? Oder schon? No. Glaube nicht. Glaube auch nicht. Aber Sprö der Marmor. Yay. Fert. So. Raus hier. Und das hier. Rote Ameisen trocken. Guck mal. Das Ameisen gedönsen. Hallo. Guck mal. Danke. Guck mal. Guck mal. Krieger Ameisen. Oh Ii. Okay. ok ich renne einfach durch ja auch wenn du das tag nicht siehst noch nicht aber bald ausgang wo ist exit hier meine güte das war ja ein abenteuer richtig markiert unser löschen steht dahinten 110 zentimetern meter von hier entfernt ja ein kleiner schritt für die menschheit ein grosser schritt für uns ja ist das ein echter tropfen ja es ist ein echter tropfen da ist noch ein tropfen was du brauchst der ist auch echt da können wir die sachen noch analysieren und sich noch ein paar sachen gefunden gut sein oder können wir kurz schlafen gehen und dann kurz hinten analysieren gehen nach wie er gut sehr gut gute nacht ja die sonde geht unter genau mein gott was ist hier passiert so hingeschissen ich weiß nicht vielleicht was passiert mein ich kann ehrlich aus machen sparen gut das können wir analysieren das hier dann habe ich das und komischen sieht aus wie uns das haben wir aber schon lange eigentlich aber wir erforscht haben wir noch ist aus wuchs da kommt viel ja ein viel wanddeko kann ich gerade nicht warten wir sehr aufgesammelt hat wir haben drei tausend witzens punkte ja gut wir haben jetzt ziemlich viel wieder gefunden ja aber wir können nur etwas erforschen so viel wie das kostet abscanner bilder set teamigeist ok eissboden was brauchen wir was wollen wir ich würde sagen die 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 basis befestigte blasen ja was machen wir damit stabile wand palisadentor stabile wand mit fenster palisade stängelboden ax stängelboden schön hast du noch bombardierkäfer brocken ich glaube nicht ich habe baumwanzenbrocken stimmt das wasser ja dann dann ist dann gleich noch den punkt wieder übrig da kann ich doch mal kurz den ameisendienstpunkt erforschen mhm jetzt geht's äh sasasasasasas überstunde ok hm ja da ist das rezept ja gab es noch kopf wumst eine mit instabilen pilzen und trockenem gras gestopfte wurst macht in kleinem umkreis alles platt ja gut ich habe jetzt auch mal ein dings gemacht eine lampe äh eine laterne mhm äh eine fackel meine ich häckerli hatte ich noch ein paar hälfte aber stimmt für den äh für den zweierhammer brauchen wir den baumwanzenbrocken baumwanzenbrocken und kochdrüse jo wir müssen auch jetzt schauen wir ein bisschen Nahrung haben mhm das haben wir auch nicht mehr allzu viel das kann ich aufhängen das kann ich aufhängen ah dann die ganzen lager ist voll das kann ich einladen da kann ich einlagern wir sollten mal wieder auf Insektenjagd gehen jo baumwanzen und bombardierwanzen äh wohl immer dir käfer meine ich mhm mhm deren zeug grauen war ziemlich viel und kisten brauchen wir dringend ja grauenhaft ähm dann schmeiß ich mal da rein da rein da rein da rein ah Apfelbrocken habe ich ja noch die behalte ich da rein ja dann müssen wir wohl ein bisschen noch um unsere Base kümmern wieder ein bisschen schön aufrüsten würde ich sagen mhm mal ja 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 genau gut dann würde ich sagen was das für diese Folge oder jo vielen dank fürs zuschauen lasst hier ein Like und Kommentar da wie es euch gefallen hat und ob es euch gefallen hat und lasst auch gerne Abos auf beiden Kanälen da damit ihr keine Folge mehr verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder ja tschüss 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 tschüss